Ich hab ne Galilie. Ach Alter wer hat mich abgeworfen? Dalu, ich seh dich. Hast du geworfen? Hast du geworfen? Sorry, sorry, sorry. Nein, tut mir leid, tut mir leid. Okay, Dalu KOS. Das war kein Spaß. Oh nein, allein mit Dalu im Ding ist... Ich hab ne Galate ins Nether Portal geworfen. Ich muss redet, das geht. Hey! Ich hör hier Schüsse. Ich hab ihn in die UMP gekauft. Ge weg, ge weg, ge weg. Ich wollte keine UMP kaufen. Das war Xanax, das war Xanax. Ja, ich wollt durchs Portal werfen. Und dann war der... Ich auch, ja. Xanax hat mich vorhin angeschossen. Aber Marble und Kosti... Xanax schießt dich aus Versehen an, dann schmeißt Xanax aus Versehen eine... Eine... Wow! Wow! Oh no weh, ich hatte... Ey, wer hat das gemacht? Marv war's. Was hab ich gemacht? Was hab ich gemacht? Irgendjemand hat gerade nach Marv noch die andere geschmissen. Marv hat nur ne Disco geschmissen. Nein, ich hab die Disco geschmissen. Okay. Ja, dann hab ich die Feuergranate geworfen. Böser Marv. Böser Marv. Ich bin hier auf dem Baum, ey. Ey, was macht ihr da oben, ey? Sitzende... Xanax ist und Xanax ist und Xanax guckt mich schon wieder so an. Xanax guckt mich schon wieder an. Ich guck den immer so an. Ich hab mit der Glocke geschossen heute. Waffe ist Waffe. Xanax hat gerade mit der Pump genau auf mein Gesicht gezielt. Dann war er mit die Diegel. Wer kommt da? Oh, nee. Ne, 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 ne. Und da ist Marv? Verhält sich. Dalu verhält sich. Dalu ist verdächtig. Dalu ist ziemlich verdächtig. Dalu schmeißt schon wieder hier mit Kraftkram. Dalu? Hat fast wieder getroffen. Ich hab's ja alle ins Wasser geworfen. Und mit Grand Summit kein Kevin sein. Das ist okay. Da kann ich leben. Wollt ihr mit der Shotgun anvisiert. Alter. Wer ist auf dem Dach gekommen? Dalu Card. Will aufs Dach. Ich bin im Trailer testet. Oh, oh. Jetzt sprengen sie sich im Haus. Ich glaub Xanax und Barf ist es trotzdem. Dalu Card bei mir aufm Dach. Mit der Crowbar. Hau ab du Lübel. Du warst das so. Die hatten. Xanax steht hier außerhalb. Will ich schon kommen? Rita ist einer. Rorsch. Hallo. Rorsch. Hallo Rorsch. Hallo Rorsch. Hallo Rorsch. Hallo Rorsch. Hallo Rorsch. Hallo Rorsch. Komm mir zur Nachricht. Schließ dich. Magst du ne Spielchen? Da unten wird eskaliert. Ja Rorsch hat auf mich geschossen. Ja Rorsch hat auf mich geschossen. Aber alles lebt. Alles lebt. Jetzt kannst du mich aber wenigstens wieder heilen. Jetzt kannst du mich wieder heilen. Gluck von Literalschäden. Nightshake kommt zu mir. Xanax kommt zu mir. Xanax kommt zu mir. Was? Warum? Bist du behindert im Kopf? Was im Haus? Marv du bist der andere oder? Doch er war es. Richtig. War doch richtig. Richtig war es. Er hat mich beleidigt. Er hat mich schlecht gewiss gemacht. Der Arsch. Doch jedes Mal. Ja. Dann muss es eigentlich Dalu gerade auffallen. Da werden vom Baum gehangen. Jeder kann. Jeder kann. Das habe ich doch eingestellt vor der Runde. Ich habe mich sogar angekündigt. Dalu ist trotzdem KOS. Ist mir egal. Dalu ist KOS. Dalu ist KOS. Ich habe mich nur gerandom killed. Dalu ist KOS. Und nicht zurückschießen. Weil ich mein Karma war. Geh nicht in den Nerven. Nightshade von mir. Nightshade. 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 Es ist Dalu immer noch. In welcher Begründung? Du bist einfach ein Scheißrückner. Ich mag dich nicht. Nur du kannst Leute anhängen. Und ich glaube dir nicht, dass du sowas eingestellt hast. Jeder kann das. Oh, hier hängt einer. Stimmt. Ach ja? Jeder kann das? Wow. Häng ihn wieder auf. Wow. Okay. Wer hat geschossen? Ich hab den jetzt geschossen kurz, dass ich ihn anhängen kann. Wen hast du erschossen, dass du ihn anhängen kannst? Und ich kann nicht anhängen. Dalu ist es. Kannst du doch mit linker Maustaste. Hab ich. Geht nicht. Und näher an die Wand ran. Das ist trotzdem Dalu. Es geht nicht. Oh, er hängt. Das ist jetzt doof. Super. Ähm. Trotzdem mag ich Dalu grad nicht. Das ist doof gelaufen mit. Da tut mir echt leid. Aber hübscher Popo hast du auf jeden Fall. Du mir leid. Ach scheiße. Ich fang jetzt wieder an Dalu grad zu vertrauen. Das ist voll scheiße. Ich will Dalu grad nicht vertrauen. Ich glaub, dass es da lokalt ist. Es ist immer da lokalt. Das ist das Problem. Ah. Nein. Ich war's doch schon so oft. Ich kann's nicht schon wieder sein. Ich vertraue euch allen nicht. Ich meine, ich kam auch schon nach der Runde vollkommen im Arsch. Scheiße. Wow. Wer schießt? Ach, bin ich vielleicht? Ich hab doch einen Radar, oder? Ja, gleich noch. Oh Gott. Grends und Marv sind Traitor. Weil Grends wieder lebt. Ich weiß noch nicht, wie ich Heuch und Cooks tippen deuten soll. Weil er tippt ja so laut, dass man's hört. Entweder ist er schon tot, oder er sagt noch nichts. Oh Gott. Isst gerade ein, oder? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und jetzt wieder ein Z까요? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ne, ich wollte die Shotgänge in die Sniper tauchen. Oh, Klick. Oh, das war krass. Das war krass. Ich hab erst gar nicht gecheckt, dass ich wieder lebe. Machst du sowas in Zerbereien? Das war verwirrt. Du hast vorher angekündigt, dass das jeder kann. Ja, da wurde angekündigt, aber wär so geil, wenn sie dich dafür gekillt hätten. Ja, wollte ich doch. Dann hab ich wieder gekillt, um ihn anzuhängen. Ja, aber warum hast du denn nicht die Leiche genommen, die schon da war? Ja, ich geh dir runter, oder vom Baum? Natürlich, kannst du einfach abhängen. Ja, oder meine Leiche. Egal. Michael hat einen geileren Arsch. Geile Aktion, sogar noch schnell den Detective gekillt. Da hab ich noch ein paar Credits bekommen für. Du hast längst einen anderen Weg genommen. Ja, hab ich nicht mehr gedacht. Ich hasse euch einfach. Ich müsste eigentlich Rache nehmen. Ich bin schon wieder Detective, ey. So, okay. Grancis. Nightshade ist bei mir. Ich bin wirklich. Ach, Grancis. Werd hier grad. Ey, Daniel hat auf Detective geschossen. Du hast keinen Damage bekommen. Ja, und? Hast trotzdem. Ich wollte Horch und Cook abschießen. Magst du mich? Was? Magst du mich? Merkt euch schon mal da, Luca, vor. Wenn irgendjemand stirbt, ist es da, Luca. Ja, aber warum denn? Um nicht vormerken, wenn irgendjemand stirbt. Ja, aber wenn irgendjemand stirbt, bin ich es. Ja, aber wenn irgendjemand stirbt, bin ich es. Na, ihr Ballen? Na ja. Na ja. Dann bist du es nicht. Doch, dann bin ich es ja. Da weiß ich ja nicht. Ich brauch nen Detective hier. Es sind zwei Traitor bei mir. Schau mich größer an. Dann wärst du schon längst hoch. Nein, Traitor ist es. Ich glaub, er ist im Traitor-Menü gerade. Alter. Ja, Vita war auch gerade im Traitor-Menü. Ja, mit der Crowbar hier. Ja, man kann auch mit der Crowbar im Traitor-Menü. Bei mir kommt Sannex jetzt so an. Das ist Marv. Nein. Dalo hol dir mal ne Brille. Ich hab das Traitor-Radier gekauft. Das Traitor-Radier. Das Traitor-Radier. Hui. Horchi. Was ist mit dir los? Hi. Ich wollte Waffe haben. Ich nehm jetzt noch die Sniper an, dass... Wenn ich erschossen werde... Ich werfe auch ne Granate. Vita ist wieder Meerjungfrau. Oh, schwimmt der? Oh, schwimmt der bei euch auch? Das war knapp. Hui. Weil ich eben in der... Weil ich in der Lava geboren bin und im Wasser gespawnt bin. Achso, okay. Oh Gott, oh. Alter, hier knallts ja an allen Ecken. Silvester. Ja, bitte knallt. Wieder. Wer ist das? Grants? Du bist doch Detective. Kannst du mich mal heilen? Wem? Grants. Wieso bist du verletzt? Das... Das komplett later hat mich runtergeschmissen. Achso. Hat dich nicht gedisst? Voll gedisst. Gemobbt. Kann leider nichts mehr kaufen. Ah ja. Ist okay. Ich hab doch schon das Traitor-Radar. Wir müssten mal diese Felkässe nehmen. Oh, der oben ist mir gefallen. Wer hat da geschossen? Ich hab geschossen. Wo ist die Grenze? Auf jeden Fall mal ein Auge hier auf Horschen guck, weil der kommt mir immer zu nah, wenn ich mich umdrehe. Ja, ich seh das auch schon. Da unten ist Xenix wieder. Da drüben ist Marv. Warum bist du wandered? Weil er runtergefallen ist. Ja, die Diske Milater hat mich runtergeschossen. Hier, Dalu war Traitor. Dalu war Traitor. Hä? Hä? Warum hat das Arme gestorben? Hab ich doch gesagt. Wo ist denn die Leiche von Dalu? Marv, war es Fallschaden bei Dalu? Marv, du bist grad stumm. Ich glaub, Marv hat grad die Leiche von Dalu genommen da links. Wo? Wo ist links? War kein Fallschaden. Dalu hat wohl erschossen. Hier, in der Lava ist er. Nein, du bist in der Lava. Ich bin nicht in der Lava. Oh, Entschuldigung. Ach, da unten ist er. Er lümmelt da hinten rum. Ich hab keinen Überblick mehr. Was ist denn hier los? Ich bin Inno und hoff. Und guck, ist der Traitor. Nein, niemals. Warum weißt du das? Schöner Schuss. Ist da noch einen hin? Ach, schau. Ich hab hier unten nichts gemacht, außer dass ich das Helligste schaust. Ernst hab. Ich schaffte nur einen Schuss, weißt du? Dalu, komm schnell her, kuscheln. Ach, und Marv hat dann schon von Dalu weggeschaut. Richtig, Marv hat meine Fake-Leiche genommen und wollte den Nether bringen. Ich hab mich schon gewundert, warum ich deine Leiche nicht mal richtig identifizieren kann. Und ich hab im Nether gewartet. Der Shotgun. One-Hit-Wonder. Ne, ich hab mit der AK gewartet. Ich hab ja auch die ganze Zeit draufgegangen. Ich hatte ja keine Shotgun. Ich wollte ja deine haben. Achso. Ich wollte deine. Das ist der Plan. Ich teile doch gern. Aua. Nein, Shade ist halt noch, bei dem ist halt noch super. Oder bei dir ist halt noch super, dass du noch sehr oft stehen kannst. Ah, ich kann die Waffen noch wegschießen, cool. Das ist dann immer so genau der Moment, wo man schließen kann. Ich hab genau in dem Moment noch überlegt, sag ich jetzt, dass ich neben dir stehe oder nicht? Oh oh, Inno, ich hab das Ding hier. Ja, Vorsicht. Das ist das Ding. Sagen wir's mal so, ob das sagst oder nicht, bringt meistens nicht so viel. Zack, die nächste Waffe weg. Bitte nicht den Leuchtturmurschle, dann oben brennst. Da wurde schon einer getötet, glaub ich. Okay, das von dir. Was ist das? Bist du oben, Dalu Card? Du bist nicht oben. Dalu Card, bist du oben? Ja. Oh! Bist du oben, Leiche? Bist du oben, Leiche? Xenix hat eine Brandgranate gerade geschmissen. Ja. Xenix hat auch ab ins Wasser und geht zu einer Leiche. Und da hat jemand runtergeschubst. Jaja. Marf ist tot. Da ist auch Xenix. Dalu, du warst zuletzt bei Marf. Nein, Marf war noch nie bei mir. Marf ist dem Turm runtergefallen, aber ich weiß nicht, ob er runter... Warte mal kurz. Mit welcher Waffe wurde Marf tötet? Ja, ich muss noch mal schauen. Mit Leuchtturm Falschaden. Bestes, Dalu, Grants. Guck mal, guck mal nach, guck mal. Ne, guck du da. Marf, äh, Falschaden. Vita hat mich geschossen. War nur Falschaden. Vita hat geschossen, Leute. Mit ner Pam. Ja, Vita ist es. Geh weg, Nightshade. Da unten ist da der Trader. Ja. Er ist unten noch im Tunnel, der muss... Okay, nehme ich halt den. Horch? Ja, ich lebe noch. Okay. Und ein Traitor ist weg. Ne, war es nicht überhaupt gewesen? Äh, der Traitor war... Oh, Grants ist, Grants ist, Grants ist, Grants ist. Grants, 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 Grants. Und... Ich bin's nicht, Horchi. Ich bin's wirklich nicht. Könnte ich eh one-hitten mit der M13 hier. Äh, mit M3, Quatsch. Wie viele Points hast du noch auf deinem Dingens? Brauchst ne Helpstation? Nein, danke. Kriegst du nicht. Ich sag, wie viele Points hast du noch auf deinem Radar? Ach so, äh... Einmal nur zwei. Also nur noch einen anderen außer mir. Richtig. Würde jetzt sagen. Okay. Wo? Warte zwei Sekunden noch. Ja, du war inner. Einer ist im Turm, das bist du, und der andere ist... ganz weiter hinten. Irgendwo weiter unten. Boah, kann ich auch vertrauen, ist die Frage. Ich sagte schon, du bist eh vorhin schon. Wenn ich ehrlich bin. Nightshade ist es dann. Ist mit mir. Bist der letzte... Bist du da hinten? Ja, ich bin... Ich bin unten unten. Ich bin unten unten. Ich bin nicht schon wieder Traitor. Bin inner. Er ist da hinten lang gelaufen übrigens. Hilly mit dem... Beim Leuchtturm ist er jetzt. Hilly mit dem... Hilly mit dem Ding hier. Hinterm Leuchtturm. Und er ist schon badly wounded, also. Ja, weil Witterwolf auf mich geschossen hat, deswegen. Hinterm Leuchtturm. Oh, auf und drauf. Jetzt mittlerweile. Aber wie soll ich denn da ein Ding hinwerfen? Ist doch schon wieder Gerenz, ich seh's schon kommen. Lebst du noch? Ich leb noch. Hättest du nicht geworfen. Okay, aber... Letzte Runde jetzt. Rance, warum hast du auf mich geschossen, Paul? Das war's versehen. Ich hab Nightshade auf... Du hast mich auf 22 HP runtergehauen, und da dachte ich, du wärst, hab auf dich geachtet. Und dann hat mich Nightshade von hinten getötet. Ja, das war... Ich bin da so rumgerannt, und hab halt nur gehört, wie Dalu gekillt wurde. Und dann hab ich aus Reflex geschossen, aber dann warst du's. Und dann dachte ich... Ist doch okay. Nightshade hatte mich auch geschossen. Aber warum hättest du für das Marv bei... Dalu Card war dabei? Na toll. Ich dachte, die wären beide oben im Dingens gewesen, oder nicht? Warte. Nee, nee, ich war schon lange runtergeschossen ins Wasser. Ah, okay. Ich hab nur ein Ins. Äh... Töt... Töt uns schnell. Los, Leute. Kannst du nicht töten. Du musst doch mit meinen Card. Ich warte noch 6 Sekunden. Das ist doch einfach. Kann man nicht im Preparing. Wo sind die denn? Doch, mein Card. Oh, meins hab ich daneben geworfen. Entschuldigung. Ich töte euch. Ah, nein, jetzt! Hey! 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 Macker Mind Ahnung! Wieso kann ich gar nichts kaufen? Rettet doch einer, Mann. Die Menschen da. Ich kann nichts kaufen aus irgendeinen Shop. Ich hau die mit dem Ding ins Ort number. Und da. ãos Carter Mind scans von der Mind Card. MyCard. 't mind... Vita Wolf schaut uns an gerade. Ich hab das MindCard schon hier. Mal war hier das MindCard. Ich hab das MindCard schon hier, muss das엽igen? war hier das MindCard. äre. Der Sniper hat Vita, oder was? Ja, mit der PumpGam. Wo ist denn der Sniper Wolf? Ich kann mich irgendwie nicht lockern. Wo ist er denn? Nur damit ich ihn im Auge an falls er euch erschießt. Im Turm, da wo es gebrannt hat. Jetzt komm ich raus. Was macht ihr denn hier? Ja, wir brauchen eine Discapulator. Was? Was war jetzt? Wer war das denn? Keine Ahnung. Er ist gerade durchs Tor gelaufen. Ich kann nur Sankt das mitlesen. Was machen wir jetzt mit Grants, komm mal raus. Er hat ihn einfach umgebracht. Äh, was soll das denn? Okay, einen habe ich. Nur ein Problem, wer lebt denn jetzt noch? Tut mir leid, Zalex übrigens. Hast du das überhaupt? Ne, das ist hammerhaft. Tut mir leid, Zalex übrigens. Ja, da ist er. Das ist jetzt aber doof. Kann ich nicht mehr Nightshade sein? Das ist Darlokard, okay. Jetzt muss ich nur wissen, wo Darlokard ist. Da, wo du nicht bist. Ja, ich weiß. Hoffe ich doch. Lass dir Zeit beim Heilen. Ne, nein. Scheiße. Ich heil mich gar nicht. Okay, dann tu das auch nicht weiter. Das ist nett von dir. Okay, kein Problem. Wenn du dich heilst, muss ich auch mit Unfairn Mitteln kämpfen. Aha, das wäre? 2 gegen 1. Ach, nö. Ist okay. Kann ich mit Leben. Irgendwie zum Leuchtturm kannst du mich gut besuchen kommen, wenn du möchtest. Ja, ich seh dich. Ja, ihr seid ja beide da hinten. Mit der Sniper wahrscheinlich. Wo man nicht raus. Nur nicht unten. Leg die Bombe einfach da hin. Jo. Gleich sehen wir ihn da runter springen, ey. Jalla, jalla, jalla. Ah, du wusstest. Du wusstest einfach. Ja, wie gesagt, mit der Bombe. Einfach hinrennen, Marv erschießen. Wer war das? Okay, das war die letzte Runde. Bevor ich sterbe. Äh, bevor er in die Luft geht. Das war jetzt die Chance. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Tschau. Tschau.